Es ist 1930, offizieller Start vom History of Jazz Programm von der Band Groove Kartell mit Beleitung von Freddy Pieper. Ja, meine Damen und Herren, guten Abend zusammen. Ich freue mich, dass es doch noch mit den Plätzen ganz gut hingekommen ist und es gibt auch eine ganz gemütliche Atmosphäre, von hier oben zumindest auch schon mal. Heute Abend, wie gesagt, bestehe aber unser Programm History of Jazz, also eine musikalische Zeitreise durch die Entwicklung des Jazz und werden auch durch die Präsentation noch kleine Videoausschnitte, Interviews, Beispiele, Bilder noch sehen, sodass das Ganze ein wenig untermalt wird. Insofern wünsche ich Ihnen eine gute Unterhaltung, viel Spaß dabei, hoffentlich kommen viele Sachen, wenn wir heute noch nicht wussten und ja, viel Vergnügen. Und schon ging es los mit dem ersten Stück, natürlich ein Blues, aus dem ja der Jazz bekanntlich entstanden ist, mit Vocals von Freddy Pieper. Musik 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 Aber nicht nur Musik gehörte zum abendlichen Programm. Nein, auch kleinere Ausschnitte aus einer Dokumentation bzw. kleine Interviews unterhielten und informierten das Publikum. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Musik 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 Nach ca. 1,5 Stunden war die Zeitreise durch Jazz, Blues und Swing beendet und die Zuhörer begeistert von der Geschichte des Jazz. Gesandt, Frederic Pieper, Schlagzeug, Marc Pagosti, Saxofon, Marco Arndt, Ambas, der allseits beliebte und bekannte Björn Grote, Volker Fibor, Apple Computer und Moderation, Volker Winkmann. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020